bin mal schnell auf toilette ich will nur aufs klo das klo ist direkt neben mann ich heiße melissa und ja ich mag tik tok und ich finde tik tok total cool ein richtiger fan von tik tok wir könnten ein roten goldbärchen einboden und dann kommt ein riesengroßer goldbeer warum nur mit roten das ist die beste idee die ich gehört habe und liebling wie war dein tat war nichts besonderes ganz normal wie ganz normal aber was soll ich sagen weißt du stell doch einfach nicht so hohle fragen hey falls dich sowieso nicht interessiert weil deine mutter da ist willst du ihr was inszenieren bro mein kopf ist gefickt so jung hab keine weiß ich was ist richtig was nicht wir kennen uns doch es schon mal gar nicht du bist doch die schlampe die mir die mittelfinger gezeigt hat ja stimmt ich hab nachdem ich das gesicht gar nicht mehr in erinnerung gehabt nämlich noch einmal schlampe du kriegst von mir persönlich einen abschiebestempel und zwar zwischen deine beine alter was hast du gerade gesagt du flamingo i used to water beautiful by the way läm Hey, hey! Mal so eine ganz dumme Frage. So sehe ich aus. Und so sieht mein Personalausweis aus. Wie in Gottes Namen sollen die Leute mich erkennen? Können wir nochmal von vorne anfangen? Hallo neue Freunde, ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Ich bin Olaf, ich bin Olaf, ich bin Olaf, ich bin Olaf. Ich bin Olaf, ich bin Olaf, ich bin Olaf. Ich bin Olaf, ich bin Olaf, ich bin Olaf. Was gibt mir, was du brav bist oder nicht? Gib mir deine Patte oder Tschüss mit deinem Gesicht. Tschüss, was ist mit deinem Gesicht? Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem... ...Dosenbiershafen. Mein Sohn letztens ganz trocken im Supermarkt. Meine Mama, die hat letztens einen Delfin-Vibrator benutzt. Ich bin Krankenschwester, das war ein Defibrillator. Defi. Das war ein Delfin-Vibrator. Das war ein Delfin-Vibrator. Dann hebt er ab und If you wanna get with me, there's some things you gotta know I like my beat fast and my bass down low Du könntest seine Freundin sein Doch er weiß genau, ja wer ficken will muss freundlich sein Denn Frauen täuschen den Orgasmus vor, Männer die lieben Das war der Moment, wenn Lukas für 6,50 die Stunde schuften muss Oh mein Gott Der Grüne und der Grinch ist im Prinzip das gleiche Der einzige Unterschied Grinch findet dich scheiße Ich drück den Knopf, du übergibst dich, falls in Ohnmacht Denn ich gebe dem Befehl grünes Licht für den Atomschlag Hallo an alle Nutter da draußen, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt in einer Beziehung Kann nicht mehr kommen, ich lasse auf mich warten Vielen Dank, tschüss Wieso tust du dir das an? Mit den Hoodies auf Jakey Zu viele Flaschen geschwärtet am Lock Alles 12, alle happy Zu viele Filme gedreht an meinem Kopf Er hat so viele Filme gelegt, ich bin jetzt in einer Beziehung Auf dich, dass es nicht in einer Beziehung Und ich bin jetzt im Prinzip das schon Ich bin jetzt im Prinzip das eine Beziehung Er hat es eine Beziehung Die Beziehung Entsicht Untertitelung des ZDF, 2020